Was ist Europa steckt in einer selbstverschuldeten Identitätskrise? Daher müssen wir uns bewusst werden, worauf die Ideale der Aufklärung gerichtet waren. Auf Mündigkeit und Autonomie im Denken und im Handeln. Europa hat dieses kulturelle Erbe torpediert, indem es zugelassen hat, dass die Politik und Wirtschaftseliten die Solidarität mit der breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aus den Augen verloren haben. Die demokratische Kraft des Digitalen ist meiner Überzeugung nach jedoch in der Lage, bei der Bewältigung der Probleme Europas einen Beitrag zu leisten. Darüber lohnt es sich, intensiv nachzudenken und deswegen unterstützen wir als Fabersoft das Europäische Forum Alpbach als Generalpartner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017